Den Zwölfen zum Große und willkommen zurück bei Darkensung. Wir sind in den Blutbergen unterwegs, haben das letzte Mal die Hexenbäume gerettet von den bösen Rittersmännern, den Braioten, den Braiosdienern, die hier auf ihrem Kreuzzug sind, von mir aus, oder auf ihrem Sonnenzug oder so, Sonnenkriegspfad, was weiß ich. Und wir haben die gute Saphira gefunden und ein Labor. Jetzt möchte ich ganz kurz mal schauen, ob man, wenn man in einem Labor ist, auch andere Sachen zaubern kann. Aber offenbar ist es, um den Tisch rumzugehen, zu schwierig. Ah, jetzt geht's. Okay, kann man doch nicht. Waffenbalsam, genau das wollte ich nämlich machen. Ich dachte aber, das sei was zum Schmieden, aber das ist ja totaler Quatsch. Wir machen davon einfach mal ein paar. Wie viel denn? Vielleicht... Ja gut, für sie gilt das ja nicht. Das heißt, wir müssen hier mal drei rechnen, machen wir einfach mal ein neues Stück, oder? Genau. Jetzt wurden neunmal Waffenbalsam hergestellt. Kann ich dann an die Leute mal verteilen. Und dann reden wir mit der Guten. Aber zunächst... Nicht, genau, Drachenblut haben wir auch gefunden. Richtig gutes Zeug. Aufteilen. Schön dritteln. Aufteilen, halbieren. So, jetzt kriegt jeder mal ne Fuhre. Kannst dann bei Bedarf auf die Waffe schmieren. Der hat schon eins. Genau. Na klar. Waffenbalsam, das ist... Heilsalbe. Hm. Ja, eigentlich... Wie seid ihr denn einbären im... Ach so. Hier hat er was gepflückt und hat es nie wieder zurückgebracht. Ich verstehe. Kurzbogen könnte man eigentlich auch mal spaßvoll benutzen. Aber ich denke mal, es ist nicht so günstig bei den ganzen... Ja, bei den ganzen Kriegschauen hier. Die muss in den Nahkampf. Zusammen mit dem guten Vorkrim. Machen die gute Arbeit. Schmeißen alles um durch das Niederwerfen. Das ist echt der Hammer. Ja. Ähm. Wir reden mal mit Saphira. Hm. Wer schleicht sich da an eine alte Kräuterfrau heran? Zeig dich. Mein Augenlicht ist von Schleiern umgeben. Was macht ihr hier mitten im Dunkeln des Waldes? Was macht ihr hier mitten im Dunkeln des Waldes? Ich bin Kräuterfrau. Ich bin auf der Suche nach den wahren Schätzen der Erdmutter Sumo. Du darfst mich Saphira nennen. Hm. Hier gehört auch der Schwesternschaft der Hexen an, wenn ich nicht irre. Wo kann ich mehr von euresgleichen finden? Ich spüre, dass du mir und meinen Schwestern wohlgesonnen bist. Wagst du es aber uns an, die Diener des Sonnengottes zu verraten, soll der Fluch der Hexen über dich kommen? Josmene, die Schweinehirtin, findest du am Rand des Waldes. Im Gutshof ist die Magdmorla eine von uns und natürlich Alvena, die durch die Wälder streilt. Hm. Ich will weisen, dass ich eures Vertrauenswürdig bin. Ihr Hexen müsst mir helfen, die magische Barriere an der Ruine zu überwinden. Ah, sehr schön. So, Vertrauen wünschst du. Du kannst tatsächlich etwas für mich tun. Ich habe meinen Kochtopf... Ah, dem Koch des guten Dunkelforst geliehen. Des gut... Des... Dunkelforst geliehen. Doch der Narr hat ihn sich von den Sonnendienern abnehmen lassen, die den Topf in eines ihrer Lager geschleppt haben. Bring mir diesen Kessel wieder. Meinen Sie diesen Kessel? Handle es sich dabei zufällig um diesen Kochtopf. Was ist doch... Aha! Saphiras Eulenschädel halten. Ach so. Ein Hexer-Kochtopf. Mein Kessel, Rattenschwanz und Eulenflaumen, du hast sie mir wahrlich zurückgebracht. Mein Dank ist dir sicher. Hier an ihm diesen Eulenschädel das Zeichen meines Vertrauens. Nummer zwei. Oder? Genau. Schwein haben wir. Das haben wir. Und wir kriegen das für Alvis, für die Kröte, die wir zurückgeben, kriegen wir auch noch eins. Bleibt noch die Alwene. Die ist irgendwo im Zentrum. Dann machen wir mal so einen Zickzack. Und dann finden wir uns alle super. Was mit den Räubern ist... Keine Ahnung. Die gammeln halt irgendwo im Nordwesten rum. Können wir uns ja mal angucken. So. Ich habe noch eine andere Aufgabe, die du für mich erledigen könntest. Viel bieten kann ich dir nicht. Dafür habe der ein oder andere Trank. Dann machen wir es. Wird dabei sicher für dich heraus springen. Bist du bereit? Ähm... Das kommt drauf an. Jetzt erzähl mir erst, worum es überhaupt geht. Aber macht schnell. Kommt drauf an. Ich möchte jetzt erst ganz genau wissen, was du von willst. Dieser Kessel hier ist einer meiner wertvollsten Besitze. Und ich hatte ihn nur dem Koch geborgt. In dem Vertrauen, ihn bald zurückzuhalten. Er sagt, Joe hat mein Vertrauen missbraucht und zugelassen, dass der Kessel in die Hände der Praioten fiel. Es wird also Zeit, dem alten Gerichtskram eine Detektion zu erteilen. Er hat ihn uns doch aus der Küche geschmissen. Von daher bin ich da voll dafür. Er trägt mich schon seit Wochen um ein äußerst seltenes Gewürz. Das ist für ein Festmahl benötigt. Und das soll auch bekommen, dass du noch etwas mehr. In diesem Beutel befindet sich das Gewürz von einer winzigen Menge geriebener Pilze, die eine Stunde nach Einnahme zur Halluzination und Übelkeit führen. Das soll ihn lehren, nicht sorglos mit dem Eigentum einer Hexe umzugehen. Hm. Du musst das ganze Gutshaus vergiften, wegen so einer Kleinigkeit? Na, dann mach ich schon nicht mit. Eine harte Strafe, aber nicht ganz ungerecht, wie ich finde. Also gut, ich werde deinen Auftrag annehmen. Feine Gewürzmischung. Aha. Ich wusste, ich werde auf dich zählen können. Nimm diesen Beutel mit den Gewürzen und bring ihn dem Koch. Aber sei auf dem Hut. Er ist ein misstrauischer, mürrischer Mann und wird dir vielleicht nicht gleich auf Anhieb trauen. Das macht nichts, wenn die Klaude ist. Die kann jeden überreden oder betüren. Die kriegt alles hin. Ähm, ich möchte gerne noch etwas wissen, bevor ich gehe. Wissen ist nicht alles, aber frag nur. Frag. Wieso mögen die Diener des Braios euch Hexen eigentlich nicht? Ist da mal was nach etwas vorgefallen? Du bist ganz schön naiv, Mädel. Hörst du denn nie an ihren Predigten zu? Ihr Gott will nicht nur Ordnung, sondern erklärt auch die Magie als solche zum großen Übel in der Welt. Ihr Töchter Saturias? Ne. Saturias. Aber spüren die Magie tief in unseren Herzen. Und wir lieben die Freiheit. Hm. Aufmerksamkeit. Habt ihr auch manchmal das Gefühl, zu etwas Höherem bestimmt zu sein, Saphira? What? Etwas Höherem? Du meinst, so wie ein Elf zwischen den Baumwipfeln spazieren? Nun, in meiner Jugend war ich eine ausgezeichnete Besenfliegerin. Ja, klar. Ich war eine ganz schöne draufgering. Ach ja, die alten Zeiten. Da war noch alles gut. Genau wie heute. Es wird immer besch... Ja, mehr gibt es dir nicht zu sagen, oder? Leib wohl, Saphira. Gute, alte Saphira. Wenn wir das gemacht haben, kriegen wir einen leckeren Tank. Tja, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, ein Feuerelementar. Wenn wir das haben, dann gibt es wieder fleißig Zau... Obwohl... Hm. Vielleicht noch einen Trank? Ehrlich gesagt würde ich gerne noch mehr von diesen niedlichen Waffenbalsamen machen. Machen wir noch mal neun Stück? Ja, oder? Jetzt habe ich Blut geleckt. Komm. Her damit. Her damit, sage ich. So. Einmal. Zweimal. Jawohl. Zack. 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 Ich meine, ist ja schnell gemacht, oder? Ja, ist sehr schnell gemacht. Salbenfett. Die bietet aber nichts an, ne? Bisschen komisch. Aber gut. Aber gut. Aber sie gibt mir ja was Feines. Eventuell. Eine brennende Feuerschale. Boah, sie ist ein Feuermädchen. Ach so. Ah. Ich verstehe. Das bin ich. Ähm. Komm, wir spielen mal das. Also, die sehen echt aus wie so ein... Frischführende Chemo. Chemo. Ähm. Oder Chemo. Jetzt haben wir sie alle. Ah, die sind nachgewachsen. Das ging aber schnell. Na, von mir aus. Sind wir doch beim hier hochlaufen, haben wir sie gepflückt. Jetzt sind sie schon wieder da. Beim Runterlaufen. Wahnsinn. Na gut. Der Boden ist furchtbar. Die Hexe wohnt nebenan. Ich meine, da braucht man sich wirklich nicht wundern. So. Äh. Auf die... Auf die gute Runterlaufen. Bitte Kräutersichel ausgepackt. Und los geht's. Jetzt hab ich's mal vorher angeklickt. Jetzt will ich's mal sehen. Genau. Bonusbezahl. Okay, das geht auch so. Misslungen. Ja. Das... Kann auch mal passieren. Ich meine, das ist... Minus... Neun. Oder was war das jetzt? Um neun erschwert, ja. Da hab ich quasi einen Fertigkeitswert, einen Talentwert von drei. Und drei ist wenig. Vier und fünf wären mehr. Sechs sowieso. Burg. Bandit Ronqua. Alvene, Morala, Asmene. Ja, ich will am liebsten erstmal zu... Alvene... Ach, Alvene, Morala. Die sind jetzt beide hier. Aber... Verdammt. Ich muss sowieso da runter. Ähm. Geh mal so im Zickzack. Ja, komm, laufen wir einfach im Dreieck. Also, Südwesten. Vorwärts. Marsch. Dann mal los. Dann mal los, genau. So. Jetzt haben wir Zeit, uns ein bisschen näher kennenzulernen. Es geht los. Oder auch nicht. Ja, ich hoffe mal, dass das jetzt einigermaßen funktioniert. Von der Optik her. Naja, so ist es halt. Das ist... Gullmond. Hm. Jetzt noch ein Gullmond Tee. Kann ich nicht mehr sehen, das Zeug. Hätte man sich wirklich sparen können. Ich dachte jetzt, wo die Maul- und Klauenleuche... Leuche? Seuche. Losgingen. Im... Ja, in den Mordbrücker Sümpfen. Dachte ich jetzt... Werde ich sterben, wenn ich nicht die Werte habe. Aber war natürlich totaler Quatsch. Wer hätte das gedacht? Fech gehabt. Ja. Hätte ich mir sparen können. Das ganze Gift brauchen wir nicht mehr. Und wir haben sogar Klarum Purum jetzt noch. Da brauchen wir es noch viel weniger. Oh. Wasserfall. Na, was mag da sich da verbergen? Hm. Aber das scheint der Weg zu sein zu den... Ah, nee. Ach, hier sind wir. Wir sind unterhalb der Burg. Ah, okay. Kann man unter der Burg durchtauchen. Magischer Schutzschild gilt ja auch hier unten. Ja. Ich verstehe. Hier ist komplett alles... Komplett alles zu. Nicht schlecht. Aber auch nicht schlecht hier mit dem Wasser. Das heißt, wenn die Burg oben belagert wird, hat man eine ganze Weile wahrscheinlich leckeres frisches Wasser, das oben, vielleicht von weiter oben entspringt. Oder vielleicht ist die Quelle genau unter der Burg oder sowas in die Richtung der Brunnen immer reich gefüllt. Hm. Frisches Wasser ist das Beste bei Belagerung. Belagerung. So, was machen wir jetzt? Hauen wir es einfach um. Es sind nur drei Mann. Naja, so ein bisschen... Zumindest die beiden werden wir ein bisschen aufblustern. So. Okay. Vollgas. Immer fester Ruf. Jetzt sind nur so ein paar Lappen hier. Wollen wir nichts zu melden. Der kriegt das von allen nur eine drauf. Und weg ist er. So, was machen wir jetzt? Du bitte rechnen und du den linken schubsen. Na klar. Na klar. Boah. Der hat gesessen. Hoffentlich schafft er es, ihn umzuschubsen. Dann gibt es hoffentlich der... Genau. Der ist schon mal ausgeschaltet und der wird geheilt. Und zack. Direkt wieder halb voll. Mehr als über zwei Drittel. Und regeneriert auch noch Lebensenergie. Ein Traum. So. Was wird das sein? Wahrscheinlich Waffenbeisam. Im besten Fall. Wurfmesser. Kannst du behalten. Kann man dich damit begraben. Perfekt. Und Wundpulver. Wenn es mal harter Fahrt geht oder ein großer Kampf bevorsteht. Einfach Wundpulver draufknallen. Hält zehn Minuten an. Übersteht somit jeden Kampf. Ha. Trübe verschlossen. Das klingt nach Falle. Ah. Morla. Ach so. Hier ist ihr gemeinsames Lager. Schätze ich mal. Ich verstehe. Hm. Fingerfertigkeit. Gute Entscheidung. Ich hoffe mal es funktioniert. Aber ja eigentlich schon. Weil Zeug pflücken ist Fingerfertigkeit. Was soll es auch sonst sein? Körperkraft. Obwohl der ist schon riesengroß, oder? Halt. Folg mir. Das machst du mal schön selber. Vorrax. Genau. Die beiden sind hier. Da können wir bei Elvene Hallo sagen und Maula ihren komischen Albus zurückbringen. Und dann geht es auf zum Koch. Ähm. Mit Dietrichen selbstverständlich. Achso. Die Falle muss ich so entschärfen. Geöffnet. Falle entschärfen. Da ist sie nicht besonders gut drin. Falle entschärft. Sehr schön. Alvin ist Tagebuch. Achso. Wahrscheinlich sollen wir das dann für die Prajoten stehlen. Genauso wie bei ihr die Feuerstätte bei der Safira. Oder Safira wie die hieß. Dass dann die ganze Geschichte hier so ein bisschen in Rauch aufgeht. So muss man dann wahrscheinlich die drei Hexen platt machen. Und was noch mit den anderen? Weiß ich nicht. Alvis umlegen. Tja. Hat die ein Strumpfband? Strumpfband? Ich weiß es nicht. Wie laufen die denn rum? Naja. Hexen halt. So. Ähm. Chefin. Redet mal mit der Guten. Zuerst mit der Morla. Oh. Oh, Alvis. Mein treuer Gefährte. Dank dir. Die Rettung meines vertrauten Tiers schenkt dir auch mein Vertrauen. Nimm diesen Eulenschädel als Beweis. Sauber. Nummer drei. Fehlt noch eine. Von der guten Alvene. Wir reden erst mal mit dem Alvis. Warum bist du zu Alvis gekommen? Quark. Eine sprechende Kröte. Schönen guten Tag, Alvis. Was machst du hier? Alvis sitzt hier. Lause Geschmeißfliegen fressen. Mit sich selbst reden. Will viel lieber Feuerfliegen fessen. Kannst nicht aber so Feuerfliegen fessen. Was ist denn so besonders an Feuerfliegen? Wärmend deinen Bauch. Hä? Mein Lieblingsessen von Alvis sind Feuerfliegen. Quark. Aber Fliegen sind weit weg und zu groß für Alvis. Quark. Du bringst Alvis Feuerfliegenfleisch. Quark. Und was soll mit das? Oh. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ja, Pech, fertig Kröte. Ich muss weiter. Ich werde sehen, was ich tun kann. Quark. Alvis gibt vorhin den Schatz für Feuerfliegenfleisch. Ja, schau mal, was ich da hab, Alvis. Alvis sucht Feuerfliegen in deiner Hand. Quark. Ja, und findest du Feuerfliegen in deiner Hand? Quark. Ja, nimm es, Kröte. Der Salmenteich ist abgeschlossen. Quark, quark. Miam, danke. Alvis vergisst Belohnung nicht. Miam. Alvis gibt Freunde in den Ring. Oh. Wer ist die Freundin? Mola. Und? Hast du schon was rausgefunden? Du weißt schon. Wie bitte? Gib mir mal den Ring. Hm. Ich hab doch keine Fragen. Lebt wohl, Mola. Dann haben wir den Ring bereits. Oh, magischer Ring nicht identifiziert. Identifiziert heißt das. Und identifizieren. Und identifizieren. Und identifizieren. Und ins Menü. Und Magie konnte lernen auf 13. Und identifizieren. Ja, Arschgeleck. Gleich noch ein Versuch. Und. Zack. Und. Jetzt nochmal. Sag mal, was ist das für ein kranker Ring? Ist ja so gut. Oh oh. Langsam wird es kritisch. Und identifizieren. Magischer Ring. Auch nicht doch. Die ganzen Punkte nur hierfür. Naja, wir haben ja noch 600. Aber das Maximum ist bald erreicht. Identifizieren. Das gibt's doch nicht. Nicht-identifizierte können nicht ausgerüstet werden. Hab ich Gegenstände gesagt? Gut. Letzter Versuch. 17. Wenn das nicht reicht. Moment mal. Gegenstände identifizieren. Okay, das war vielleicht ein bisschen dumm. Klugheit und doppelte Initiative. Dann. Ähm. Was für einen. Attributo. Das mit dem Euglein. Welches? Sanseba Empathikus? Nein. Äh. Wenn das nicht funktioniert. Versuch's mal mit Klugheit. So. Identifizieren. Verdammt. Das geht nicht. Bin ich schon am Maximum? Och nö, oder? Was mag das für ein Ring sein? Die machen's aber auch spannend. Kann das sein? Die machen's wirklich spannend. Okay. Dann. Ja, wir haben einen Ring. Ist ja ganz nett. Aber kann ihn. Ah, hoffentlich kann ihn jemand hier identifizieren. Das wäre natürlich ziemlich dumm, wenn das möglich ist. Weil dann habe ich gerade meine ganzen Punkte. Äh. Äh. Ach, guck mal einer. An. Ist tatsächlich ein Strumpfband. Ja, mit einem Dolch. Ein Dolchband. Der nächste Mann, der mir vor den Bogen läuft, sollte schleunigst das Hasenpanier ergreifen. Halt! Bleib stehen! Ich bin kein Mann. Also, sie. Lara. Nicht erschrecken. Ich wollte mich nicht anschleichen. Bist du die Jägerin Alwene? Warum willst du das wissen? Aber ja, ich bin Alwene. Und so schnell lass ich dich nicht wieder gehen. Bitte? Deine gute Freundin Josmene schickt mich. Sie sagt, ich könne dir helfen. Bei allen Rache-Dämonen. Du kommst wirklich wie gerufen. Kannst du diesen Armreif hier einem guten Freund von mir überbringen? Ein Botengang. Genau das. Was hat es denn mit dem Armreif für eine Bewandtnis? Sei bloß vorsichtig mit dem Reif. Der ist nämlich verhext. Aber er ist ja auch nicht für dich bestimmt. Sondern für diesen widerlichen Stinktroll Danos. Ach. Hat er doch erzählt. Er hatte vorher sie und dann ist er jetzt mit der Firniane oder wie hieß. Und so, ne? Und deswegen ist sie wahrscheinlich ein bisschen sauer. Wo eine Hexe ist, ist eine Hexerei nicht weit. Sei unbesorgt, Alwene. Du wirst deine Rache haben. Verhext? Nein, was ich fasse. Kein verfluchten Tillef an. Was ist denn das für eine Hexerei? Was ist das denn für eine Hexerei? Eigentlich viel zu harmlos für das, was er mir angetan hat. Dieser Töppel wird sich für drei Tage in eine kleine stinkende Kröte verwandeln. Ein Streich, den er so schnell nicht vergessen soll. Drei Tage lang eine Kröte? Nun, das wird ihn wohl in der Tat nicht umbringen. Also gut, gib mir den Reif. Ja, wunderbar. Wollt doch mal sehen, ob dieses Bauern-Ding ihn immer noch küsst, wenn er nur noch Quack und Quack sagen kann. Hihihi, das wird ein Spaß. Wo kann ich Thanos denn finden? Diese treulose Ratte lebt bei gut Dunkelfors. Bestimmt sitzt ja nichts, nur ist irgendwo auf einem Baumstumpf und träumt von den Liebkosungen dieses Strohbübchens Firiniane. Genau. Also eile dich, damit ich meine Genugtuung bekomme. Anu. Morla ist verschwunden. Verschwunden. Okay. Dann erstmal sauber machen. So, rostige Nägel kriegst du. Genau. Und sie bekommt... Heilsalbe, Bärenförde. Na klar. Heilsalbe ist auch für sie. Hm, was machen wir denn jetzt? Erstmal zu Yosmene. Und dann einmal... Das war ja der Plan. Genau, die ist ja gerade fünf Meter entfernt. Einmal... So, jetzt müssen wir im Viereck rumlatschen. Oh Mann. Ja, okay. Das mit den Laufwegen ist vielleicht dann doch... Wenn man so eine ganze Weile gespielt hat... Es fällt dann doch ein bisschen auf. Aber ist ja ganz schön. Na nun. Fünf Meter entfernt ist der Feind. Ah ne, die Holzfälder. Ah, stimmt. Von denen haben wir auch schon gehört. Die von außerhalb kommen. Deswegen kennt Fianiane die nicht so. Aber Fianiane war, glaube ich, ein bisschen... Naja. Unschuld vom Lande nicht unbedingt. Eher ein bisschen... Naja. Ich finde, keine Worte. Mann, wo bleibt Holtwin so lange? Hoffentlich ist mir nichts passiert. Ich habe Hunger. Was sagt er? Holtwin, bist du das? Ja, Himmel, Ork und Wolkenbruch. Komm her. Oh, verzeiht. Wir haben eigentlich jemand anderes erwartet. Ich sehe ja nicht aus wie ein Holzfälder, Junge. Einen Holtwin kenne ich nicht. Holtwin sollte unsere Brotzeit holen. Die hat dieser Holzkopf heute Morgen vergessen. Aber er ist noch nicht wieder zurück. Wenn der Bursche wieder auftaucht, kann er aber was erleben. Bei allen Hüllenhunden. Vielleicht haben ihn ja die Praioten mitgenommen. Ja, verwundet schon verdammt. Meint ihr wirklich? Ich meine, Holtwin ist zwar ein Tugend, er tut nicht gut. Aber das hätte er auch wieder nicht verdient. Könnt ihr dir vielleicht die Augen offen halten, ob ihr ihn irgendwo seht. Gut, mache ich. Und fluche nicht so viel. Kein böses Wort kommt mir über meine Lippen. Reih aus, verdammt ich. Viel Glück. Reih aus, verdammt ich. Das ist ein schönes Wort. Ob ich mir das merken kann. Und in den Alltag einbauen. So, Holz war es. Ach ja, dass man hier nur Holz findet, ist eigentlich klar, oder? Ja. Nur ein regelrechter Holzkopf wird davon ausgehen, dass es da etwas anderes zu finden. Süd-Westen. Alles klar. Gucken wir da durch. Ein Bierchen. Stimmt. Normalerweise war das hier ein bisschen krasser. Aber wenn man sich den anschließt, den... Ach. Auf einmal sind sie da. Ah, ich verstehe. Dann muss es sein. Falsch. Richtig. Ich spare mir mal die Attributos. Und wir greifen direkt an. So. Wir folgen. Und dann... Immer feste drauf. Auf die beiden. Halt. Umschubsen. Für Rondra. Genau. Du rülpst hier mal aus. Und du... Halt. Das war nix. Ein Full Minictus Donnerkeil auf den anderen. So. Forgrim. Schafft er das? Das könnte eng werden, oder? Oh. Drei Punkte Schaden. So ein schlechter Witz. Zack. Rabenschnabe ins Gesicht. So. Komm, schock das in den Hund. Mach weg. Oh. Ganz schön. Hartnäckig, der Herr Kollege. Halt. Das war nix. So rum. Und du... Was soll denn was zu tun? Haa. So. Umgefallen. Und jetzt ins Kreuz. Naja. Feuer wird's richten. Ein Zwerg. Ein Bord. Genau. Ein Heller. Ein Zwerg. Ein Bord. Ein Heller. Ein Heller. Ein Heller. Ähm. Ja. Heller wird's nicht. Obwohl. Naja. Wir schauen mal nach Süden, dann nach Westen, haben wir gesagt. Ja. Keine Wölfchen mehr. Die wären uns wahrscheinlich auch wohlgesonnen. Nimm ich mal ganz stark an. Ja. Jetzt heißt es einfach nur von A nach B nach C laufen und zurück. Na gut. Ich denke mal, das schaffen wir auch noch. Wir werden jetzt ja nicht den Turbo reinhauen oder sowas. Das wäre ja irgendwo... Quatsch. Fürstentum Gosch. Ja, wo ist sie denn? Auch auf der Seite am Fluss. Hallo? Ja, wo ist sie? Ah. Oh. Gar nicht gesehen. Das ist ja schick. Oder? Überhaupt mit dem ganzen E-Fall und so weiter. Den schicken Steinchen. Texturen. Auch nicht schlecht. Also mir gefällt das. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ein schönes Spiel. Guten Tag, Frau Schweinefrau. Na, schon wieder zurück aus den Tiefen des Waldes? Ja, aber selbstverständlich. Also, diese Hexenbäume. Naja. Oh, du Schwein. Wo finde ich sie? Die Hexenbäume sind sicher. Kein Sonnediener wird sich mehr in ihrer Nähe... In ihrer Nähe wagen. Ich dachte schon. Wir werden nicht immer als Hexenfreund in Erinnerung gehalten. Nimm als Zeichen meines Dankes diesen Kriegshammer. Oh. Den habe ich im Praiotenlager mitgehen lassen. Schaut ziemlich teuer aus, das Ding. Sag mal, wofür braucht die Hexen eigentlich meine Hilfe? Ich stehe dir allein auch ganz gut zurecht zu kommen, wenn du unbemerkt im Lager der Praioten Dinge klauen kannst. Jetzt wird man nicht frech. Irgendwann habe ich das Ding für dich mitgehen lassen. Aber natürlich können wir Hexen auch ganz gut auf uns allein aufpassen. Aber manchmal kommt man mit List und Tücke alleine nicht weiter. Da braucht es einfach jemanden fürs Grobe. Jemand wie dich. Und bisher scheinst du dich ja auch ganz gut zu halten. Wir sprachen noch vorhin über... Gab es noch nicht noch etwas, was hier... Was hat es mit dem Fluch? Was? Sag mal, sag mal, dieser Fluch. Was hat es mit dem eigentlich auf sich? Fluch? Welcher Fluch? Habe ich irgendetwas von dem Fluch gesagt? Du wolltest den Messwein für den Fluch haben. Ach, der Fluch. Da habe ich bei dem Bist ein wenig geflunkert. Ich hatte nie vor, die Praioten zu verfluchen. Und selbst wenn, dann hätte ich ein Haar von diesem Davania gebraucht, um ihm ein paar Warzen zu verpassen. Ich wollte einfach den Wein haben. Ich habe mal gehört, dass die Praioten nur die edelsten am Durchstropfen als Messwein verwenden. Und weißt du was? Das stimmt. Bei Satuaria. So einen guten Tropfen habe ich schon lange nicht mehr getrunken. Ah. Ah, ich riskeleitend Leben, damit du dich betrinken kannst. Hm. Das hättest du doch auch gleich sagen können. Ach, vergiss es. Ich würde dir gerne was sagen. Und dann hättest du dich dann etwa geweigert. Einen ganzen Haufen gottesfürchtiger Soldaten den Launen einer Hexe ausliefern ist in Ordnung. Aber eine arme Säuferin dazu soll es mal helfen, mal einen edlen Tropfen zu trinken. Nicht? Was bist du denn für einer? Wieso denn ein Herr? Ach, vergiss es. Ich würde gerne was anderes wissen. Ja. Wieso hättest du Schweine... Was? Wieso hütest du Schweine, wenn du eine so mächtige Hexe bist? Das kennen wir schon. Genau, gutes Auskommen. Ja, das war's. Hm. Jetzt. Das hätten wir also auch. So. Spaß mit deinem Schwein. Wir müssen zum Burschen am Lager vorbei. Oh Mann. Sollen wir mal ganz frech am Lager vorbeilatschen? Eigentlich schon, oder? Tja, das kann jetzt eine Weile dauern. Hm, hm, hm. Schön hinter mir bleiben. Ja, schön hinter mir. Wir laufen einfach mal ganz frech am Lager vorbei und schauen mal, was passiert. Kriegen wir einige bedankt? Ich weiß es nicht. Jetzt müssen wir erstmal den Armreif, dem guten Burschen, dem Burschen Danos verpassen. Eigentlich sollten wir es ja nicht tun, oder? Es geht los. Ist auch ein bisschen lächerlich, oder? Dann mal los. Hat er sich jetzt halt ein Spauern-Vibe geschnappt? Ja, mein Gott. Dann geht die Welt auch nicht unter. Huch. Auf geht's. Achso, du machst dein eigenes Ding. Okay. Lass das mal vor Grimm machen. Genau. Lass das mal vor Grimm machen. Hm. Vielleicht vorher mal speichern, oder? Bevor die... Halt, dann möchte ich mich aber doch mal aufplustern. Ach, doch. Nicht immer. Gibt's nichts zu lachen. Ist eine ernste Angelegenheit. So, erstmal... So, und jetzt wird wieder aufgeplustert. Und was die Zauberkraft hergibt. Hoffentlich kriegt jeder wieder was Feines. Aber sie, sie ist so eine... Was ganz Besonderes. Sie bekommt... Sie bekommt Konstitution. So. Dann wollen wir mal. Ich glaube nicht, dass das eine besonders intelligente Idee ist, hier direkt anzugreifen. Aber was sollen sie schon machen? Das ist eine Handvoll von den Affen. Komm, hauen um. Oh. Frech. Dann eben so. Zack. Das geht schnell. Das war falsch. Das ist richtig. Die anderen sitzen noch im Lager. Hoffentlich kommt die nicht raus. Jeder Schlag ein Treffer. Hm. Lass uns mal vor Grimm machen. Lass uns mal die Reste mal... für den anderen Mal, oder? Müssen sie nicht forcieren. Halt. Da hinten Feind. Schon wieder Handlager. Ne. Also irgendwelche Bauern... Ja, was ist Bauern? Bäuber-Tülpel, um zu klatschen. Das spare ich mir jetzt mal. Das Ding ist, wenn wir die Geschichte mit den Hexen und den Braioten haben, dann bleibt ja immer noch... Bleiben noch die Räubersachen. Weil da müssen wir ja auch noch die Leute so ein bisschen aufeinander hetzen. Und dann davon profitieren. Andererseits... Naja. Ich muss aber auch sagen, ich habe das ein bisschen schwieriger in Erinnerung. Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich einfach nur die richtigen Werte diesmal. Die richtigen... Ja, die richtigen Fertigkeiten gewählt. Die richtigen Talente und so weiter. Dass ich vielleicht schon vorher geprüft habe, was geht denn? Was braucht man denn? Und so weiter. Da kann man jetzt einfach wie ein heißes Messer durch Butter, durch die... Die Gegner durch. Ach ja, die Fellkiste, die ist auch gut. 100 Fussel. Wer jetzt sammelt den Fussel? Auch bestimmt er. Die hat sich aus dem Bauchnabel gezupft. Ja, ganz klar. Der hat nichts zu tun. Nichts zu tun. Zieht sich immer nur die Fussel aus dem Bauchnabel. Der komische Vorall. Sei gegrüßt. Brauchst du Hilfe? Du brauchst gleich Hilfe. Alvena schickt mich mit diesem Geschenk zu dir. Wah, glaubst du? Ich bin das Wahnsinn. Sieh ihm doch kein Geschenk von diesem rachsüchtigen Weibsbild an. Ja, genau das. Nein, nein. Du siehst das ganz falsch. Sie hat eingesehen, dass sie im Unrecht ist. Und schickt dir diesen Namen reifen als Versinnungsgeschenk. Erfolg. Tatsächlich. Das ist dann natürlich was anderes. Zeig mal her. Da, nimm. Er ist schön, nicht wahr? Mal sehen, wie er mir steht. Quark. Tja, und da ist sie auch schon. Ich habe Danas erzählt, dass du ihm vergeben hättest und ihm den Armreif als Versinnungsgeschenk geben möchtest. Und das hat er dir geglaubt? Ha, so ein Dumpfschädel. Das würde immer eine Lehre sein. So schnell bricht dir keinem Mädchen mehr das Herz. Mein Vertrauen hast du nun. Lara Mansurzoni, nimm diesen Eulenschädel als Beweis. Obwohl Dumpfschädel ist auch Kopfschmerzen. Hm. Ich habe alle Aufgaben für die Hexen absolviert. Könnt ihr mir jetzt bei meiner Queste helfen? Du hast dir unser Vertrauen verdient, Lara Mansurzoni. So wollen auch wir dir bei deiner Queste helfen. Geh zu unserem Tanzplatz und triff dort unsere Oberhexe Haidrona. Die Eulenschädel werden dich als Vertrauten der Hexen ausweisen. Und diese Haidrona kann mir wirklich helfen? Haidrona ist die Oberhexe der Koscher Hexen. Sie ist weise und machtvoll und kennt viele Geheimnisse der Töchter Sattuarias. Wenn dir jemand helfen kann, dann sie. Was hat es mit diesem Tanzplatz auf sich? Unser Hexentanzplatz liegt verborgen im Dunkelwald. Nur an bestimmten Tagen im Jahr treffen wir uns dort, um Sattuaria und Eleftharn zu huldigen. Geh nach Nordosten und bringe die Eulenschädel mit. Dort wird Haidrona über deinen Wunsch Rat abhalten. Vielen Dank, Alvene. Nun bin ich meinem Ziel schon sehr nahe. Schade, dass du schon wieder fort musst, Lara Mansurzoni. Ich hatte viel Spaß mit dir. Tja. So ist es leider. Aber alle guten Dinge kommen mal zu dem Ende. Genau wie diese Folge. Leider, leider haben wir es nicht ganz geschafft. Aber das nächste Mal geht es weiter. Dann werden wir uns den Koch mal vorknöpfen. Da haben wir auch noch eine kleine Rechnung offen. Und danach, ja mal schauen. Vielleicht mal zu den Räubern. Oder wir machen wirklich das mit den Hexen. Aber ich würde gerne die Räubergeschichte mal vorziehen. Das muss auf jeden Fall auch noch gemacht werden. Ja. Und dann? Mal schauen. Aber ich denke mal, allzu viel ist nicht mehr. Danach kommt dann noch die Geschichte in der Mitte. Mit der Burg. Und dann sind wir hier auch schon wieder fertig. Hatte ich ehrlich gesagt länger in Erinnerung, diesen Teil hier. Aber, naja gut, wir sind auch schon eine ganze Weile hier. Aber ist ganz nett, oder? Schöne, schöne Quests. Sehr interessant. Ja, wirklich ein bisschen viel Laufarbeit. Aber, ich meine, das kriegt man auch noch hin. Würde ich mal sagen. Rausschneiden möchte ich sowas halt einfach nicht. Weil es in meinen Augen ist das Quatsch. Dann kann man sich das auch gleich. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall. Das soll es erstmal gewesen sein. Das war Drakensang in den Blutbergen. Nächstes Mal gibt es mehr. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und auf bald.